Teile deine Illustrator-Dateien jetzt ganz einfach mit jedem um Feedback einzuholen und dieses direkt im Programm umzusetzen. Wandle normale Pixel-Bilder jetzt noch besser in Vektorgrafiken um oder verändere Überlappungen in deinen Grafiken noch schneller. Was ist alles Neues in der am 18. Oktober veröffentlichten Illustrator-Version 27 aka dem großen 2023-Release gibt, zeige ich dir in diesem Video. Und am Ende gehen wir auch noch auf die iPad-Version ein. Wir können unsere Illustrator-Dateien jetzt auch für ein Review freigeben. Das geht über die Freigabenschaltfläche am oberen rechten Rand. Dort benennen wir unsere Datei und können festlegen, wer auf den Link zugreifen darf, welchen wir anschließend erstellen. Das Erstellen dauert einen Moment, da die Datei in die Cloud geladen werden muss und sobald der Link erstellt ist, können wir ihn kopieren und diesen teilen. Über den Link kann man die Datei dann über einen Webbrowser anzeigen und diese dann dort kommentieren. Hier können auch mit dem Pinsel und der Pinnadel Dinge in der Datei direkt markiert werden und dazu ein Kommentar geschrieben werden. Wir können die Kommentare dann über das Kommentare-Fenster in Illustrator direkt sehen und uns werden die Zeichnungen und Nadeln auch direkt im Projekt angezeigt. Diese Anmerkungen können wir am unteren Rand auch ausblenden und auf einzelne Kommentare auch antworten, diese als erledigt markieren oder löschen. Über die Freigabe können wir nachträglich auch den Zugriff nochmal verändern und bspw. eine aktualisierte Version hochladen, welche dann die erste Version ersetzt. Wir können einen Link auch nachträglich wieder löschen und über die Webseite alle unsere Links generell auch verwalten. Wir haben eine neue Verpflichten-Option in Illustrator erhalten, mit welcher wir Überlappungen einfacher organisieren können. Haben wir ein Objekt oder mehrere ausgewählt, können wir unter Objekt im Menü eine Verflechtung erstellen. Jetzt erhalten wir das Lasso-Werkzeug, mit welchem wir die Überlappungen einfach markieren, welche wir andersherum haben möchten. Mit gedrückter Shift-Taste können wir auch eine rechteckige Auswahl treffen. Sobald wir die Stelle umkreist haben, wird die Überlappung automatisch geändert, weil es nur zwei Elemente sind. Sind es mehr Elemente, können wir nach der Stellenmarkierung auch eines der Elemente auswählen, welches von der Überlappung verändert werden soll. Über einen Rechtsklick können wir auch sagen, ob es in den Hintergrund oder Vordergrund geschoben werden soll. Im Menü unter Objekt und Verflechtung können wir nachträglich auch immer wieder die Verflechtung erneut bearbeiten, womit wir wieder das Lasso-Tool erhalten und können sie auch wieder zurücksetzen, um sie zu entfernen. Grundsätzlich bleiben unsere Formen aber normal erhalten und wir zerlegen oder zerstören sie nicht dadurch. Mit dem Bildnachzeichner, welchen wir unter Fenster in Illustrator finden, können wir einfach normale Bilder in Vektorgrafiken konvertieren. Hier wird das ausgewählte Bild jetzt automatisch einer Vorlage zugeordnet und wir müssen das nicht mehr manuell tun. Zudem werden die Nachzeichnungen mit weniger Ankerpunkten erstellt, was die nachträgliche Bearbeitung wissentlich einfacher macht und dank KI sollen pixeligere Bilder jetzt besser nachgezeichnet werden können, sowie Zeichnungen. Letztens wurden erst die neuen 3D-Funktionen und Materialien in Illustrator hinzugefügt. Hier gibt es jetzt weitere Veränderungen. Wir können 3D-Objekte jetzt auch in einem USD- und GLTF-Format exportieren, was praktisch ist, wenn wir sie in anderen 3D-Programmen weiterverwenden möchten. Es wurde auch eine Wirbel- und Verjüngungsoption beim Erstellen von 3D-Objekten hinzugefügt, womit man noch kreativer werden kann. In der neuen Version werden auch Dateien mit verlinkten PNG-Bildern schneller geladen und geöffnet. Auch das Kopieren von Inhalten direkt aus InDesign sollte jetzt besser funktionieren, da Textformatierungen jetzt besser übernommen werden. Im Entdeckenfenster erhalten wir jetzt auch noch neue automatisierte Schnellaktionen, mit welchen wir zum Beispiel einfach einen retro oder nostalgischen Stil direkt auf ein Element auftragen können. Hier können wir die angewendeten Effekte auch immer noch nachjustieren, falls sie uns nicht perfekt gefallen. In der Illustrator-App fürs iPad können wir Dateien jetzt direkt, wenn sie geöffnet sind, am oberen Rand umbenennen und speichern. Farbverläufe werden beim Erstellen jetzt an Randpunkten eingerastet, was noch präzisere Arbeitsabläufe ermöglichen kann. Und es gibt auch einen neuen Tastatur-Befehl, mit welchem wir die Aussehen-Einstellungen einer Grafik auf den Standard zurücksetzen können. Das geht einfach mit der Taste D. Probier jetzt die neuen Funktionen über den ersten Link in der Beschreibung aus und abonnier meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was es Neues in Illustrator gibt. Wenn du auch wissen willst, was es bei Photoshop und den anderen Adobe-Programmen gerade Neues gibt, dann klick doch mal die Playlist hier in der Endkarte an.